Messzüge gibt es fast so lange wie die Bahn selbst. Bis heute werden mit ihnen neue Strecken, Wagen und Lokomotiven getestet. Auch die regelmäßige Überprüfung aller Strecken gehört dazu. Wir haben für sie hinter die Kulissen geschaut, sind im modernen Fahrweg-Messzug mitgefahren, haben den ICES begleitet oder waren bei der Erprobung neuer Fahrzeuge dabei. Zu den Highlights aber gehören alte Reichsbahnfilme. So sehen sie einen Rollentrüfstand für Dampfloks. E-1801 auf Probefahrt, Hochgeschwindigkeitsversuche mit der Baureihe 04, einen Messzug mit der Baureihe 10 und vieles mehr. Ein Film, der nicht nur hinter die Kulissen blickt, sondern auch vieles erklärt. Steigen Sie ein und prüfen oder messen Sie mit. Laufzeit 58 Minuten.